Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alice Madness Returns. Zu einer Folge, die hoffentlich für mich angenehmer wird als die letzte, die aber schon mal nicht so aussieht. Und da wieder ein Spiegel der Aufschrift Rettungs kommt. Aber wir sind immerhin nicht mehr in diesem Puppenhaus. Das damals so schlimm für mich war. Aber wir sind jetzt an einem Ort, der genauso schlimm ist. Denn wir sind wieder bei Puppen. Und ich hasse Puppen. Ja, klappt doch. Aua. 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 Oh, die Türchen sind wieder weg Ich müsste dringend Oh, 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 oh Oh, komm Schon Ich müsste dringend die Musik Leiser stellen, sonst ist man doppelt Au, ey Weg hier, weg hier Weg hier, weg hier Weg hier, weg hier Weg hier Ach, scheiße Oh Das war es noch nicht Komm Aua Weg hier Jetzt abschießen Genau so Und Und nochmal Und das Tier ist Hinüber Jetzt kann ich allerdings auch meine Meine Musik leiser machen Und damit geht das Ganze etwas besser So Was haben wir denn hier Das ging doch mal gut Äh Ja So Jetzt müssen wir hier warten Bis das Ding hoch geht Wieso nur Das war doch Das haben wir durch Jetzt Geh nach oben Genau Schön weiter Und Weiter Und Komm Ja Haben wir es geschafft Ist doch schon mal super Sind an der nächsten Stelle Ist gespeichert So Was haben wir hier alles Ja Schön Wir gehen wieder durch Puppenunterseiten In neue Level rein Äh Das sieht irgendwie Naja Verstörend aus Mal gucken was draus wird Hier haben wir auf jeden Fall Wieder ein paar Porzellansachen Die wir Zaput machen können Zaput Oh 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 Ah Ja Ich finde das hier irgendwie gerade nicht sehr angenehm von allen Seiten fertig gemacht zu werden. Ach, da muss man abwehren. Scheiße. Aua, hallo. Ich habe euch doch abgewehrt. Komm her, komm. Ja. Ach Mist, kann aber dummerweise nicht treffen. Das bedeutet, man muss da hochkommen und Ups. Juhu. Hallo? Nicht mit mit mir. Ja? Oh. Das ist vielleicht nicht so klug, aber Oh, ja. Uh. So. Jetzt noch einfach nur... Hallo? 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 Abschießen. Abschießen. Komm. Ah, komm, warte, muss ich, dass die wieder aufgeladen hat. Ja. Trifft noch nicht mal. Das geht ja gar nicht mehr. Ja. So, gut. Hier sind wir schon mal fertig. So. Ah, wahrscheinlich müssen wir da hoch. Ja. Wir müssen da hoch. Sehr gut. Wenn man natürlich nicht springen kann. Und dann irgendwo hängen bleibt. So, aber immerhin haben wir hier noch ein bisschen Rosenblätter. Und... Weg damit. So. Hebel. Wohin geht's wohl? Diesmal. Weiter nach oben. Wie der Finger mir auch anzeigt. Äh. Wie kann man nur so schlecht sein? So. Hier. Ah. Okay. Okay. Nein. Nein. Ja, ich bin bereit. Ich hasse es aber trotzdem. Okay. Nein. Keine Musik sollte diese Untat verharmlosen. Ich habe es in einem Zug durch geschafft. Boah, ich bin richtig stolz auf mich, ja? Was haben wir hier? Oh. Mal gucken, was wir hier noch haben. Eine Erinnerung. Sie aufbauen, sie zerstören, sie umgestalten, sie Neues wehren, Altes vergessen lassen. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. So. Wart mal. Das war doch ganz am Anfang auch da. Also. An dieses Teil kann ich mich erinnern. Auf jeden Fall. So, den Zug mit Kindern aufhalten, indem man eine Seilrutsche rutscht. Ja. Habe ich verstanden. Gehe aber erstmal hier ins Auge. Na, Schwein? Schwein. Oh, so ein Level gibt es jetzt wieder. Wie schön. Das ist ein Level. Oh, so ein Level. Oh. 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 So geht es auch. Oh. Vielleicht. Okay, also man muss von hier aus, ne, das ist zu wenig. Nichts halten und jo so macht man das scheiße ich komme jetzt noch nicht mal mehr hier so richtig raus. Das ist doch. Wuhu. Und. Exalten.